Herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Die Europäische Union ist mehr als eine Wirtschaftsunion. Sie ist das größte Friedensprojekt unserer Zeit und sollte nicht als Selbstverständlichkeit hingenommen werden. Europas Einheit in Vielfalt erfordert aber unser tägliches Engagement. Als kommunalpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe setze ich mich daher für eine Brücke zwischen der EU und der kommunalen Ebene ein. Ganz nach meinem Motto, die Region im Herzen, Europa fest im Blick. Im Europäischen Parlament arbeite ich in den Ausschüssen Kultur und Bildung sowie regionale Entwicklung für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Bei meinen Entscheidungen orientiere ich mich am christlichen Wertekanon und an den Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Ich wünsche Ihnen viel Freude an Ihrem heutigen Besuch im Europäischen Parlament.